Der Himmel deiner Aufnahme ist unzufrieden? Dann zeige ich dir hier wie du ihn einfach markierst und dir einen neuen Himmel aussuchst, wie du ihn runterlädst, wie du ihn reinbringst und vieles mehr. Wenn dir das Video gefällt, lass eine Bewertung da und jetzt springen wir gleich rein. Wir nehmen unsere Video, unsere Wahl, ziehen es hier rein, drag and drop und sehen hier schönes Wetter im Hintergrund, relativ eintönig. Wir klicken unser Video Material an und gehen hier auf den Color Tab. Im Color Tab ist es jetzt ganz wichtig, wir machen hier mal alles zu, dass wir auf unserem Video Material hier drauf sind und dann gehen wir auf die Magic Mask. Die Magic Mask findest du wahrscheinlich nur in der Studio Version und da können wir wahrscheinlich nur über Objekte und Personen hier wählen. Aber wir können jetzt in dem Zeitraum auch einen Himmel auswählen. Das bedeutet einfach auf Magic Mask drücken, dann den Bereich vom Himmel auswählen, einmal und vielleicht zweimal, wie in meinem Fall. Dann kannst du hier über den Reiter Toggle Mask Overview anwählen und siehst hier den Bereich, den er ausgewählt hat. Das Ganze können wir jetzt noch im Better machen, dann wählt er das Ganze noch mal ein bisschen größer aus und genauer und noch viel feiner. Dann lassen wir das Ganze tracken von links nach rechts, weil wir haben links Videomaterial und wir haben rechts Videomaterial. Einmal vor und zurück, je nachdem wie gut euer Computer ist, geht es schneller oder langsamer. Aber im Sky Austausch, da kann das schon ein bisschen dauern. Gerade hier mit die Haare, mit die Finger, es soll ja auch am Schluss relativ gut ausschauen und gut funktionieren. Man muss aber schon auch noch ein bisschen hier mit Radius, Softness, Blur Radius und sonstigen Dingen rumspielen. Wir werden jetzt hier einfach den Hintergrund austauschen. Ich zeige euch jetzt ganz schnell wie. Wir haben das hier ausgetauscht. Über den Viewer haben wir jetzt gesehen, was hier passiert. Wir können einfach zurück in die Edit Page. Sehen hier eigentlich noch nicht viel, denn wir müssen in der Color Page noch mit Rechtsklick hier oben einen Alpha Out setzen und den blauen Punkt zum blauen Punkt führen und schon haben wir einen Output. Jetzt wählen wir aber dieses Material hier aus und haben den Himmel. Deswegen gehen wir im Color Tab und setzen hier das ganze auf Invert Mask. Jetzt ist das andere alles markiert. Gehen dann hier zurück und sehen, dass der Himmel da eben frei ist. Jetzt nehmen wir unseren Himmel unserer Wahl. Ich habe hier so einen schönen Blitz und Sky und Sturm. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann geht zu meinem Partner Art Grid. Hier findet ihr überall Videos und Stock Footage eure Wahl in 4K und höher in besserer Qualität als ihr es je irgendwo anders herkriegt. Und hier gebe ich zum Beispiel einfach Sky ein und dann haben wir hier super cooles Material, was wirklich hochwertig ist, dass ihr überall in allen euren Projekten verwenden könnt. Denn ihr kriegt die Lizenz dann dafür, wenn ihr ein Abonnement habt und könnt das überall mit einbinden. Hier werde ich auf jeden Fall immer billfündig und es ist super B-Roll Material für meine Videos. Schaut einfach mal vorbei und in der Videobeschreibung ist Art Grid verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr da auch so begeistert wärt wie ich. Das füge ich jetzt hier mit ein und dann muss ich natürlich mein Videomaterial oben drüber setzen und dann sehen wir schon, dass da hinten dran schon der Himmel im Austausch ist. Ihr habt das ganze schon im Intro gesehen. Wenn ihr noch wissen wollt, wie man Sky Replacement anwendet, das ist der Effekt hier, man gibt es schnell ein, Sky Replacement. Damit kann ich künstlich einen Himmel dann erzeugen mit viel oder weniger Wolken, blauem Himmel und sonstigen Gramms, alles künstlich. Wenn ihr das wissen wollt, ohne dass ihr Material braucht von Art Grid oder sonst irgendwelche Seiten, dann lasst mich gerne in die Kommentare wissen, dann mache ich dazu auch ein Video und erkläre euch da genau, was da passiert. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Ich freue mich natürlich, wenn du eine Bewertung da lässt. Hau doch mal den Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Kostenlastes Abo ist natürlich immer drin, aber am meisten freue ich mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist.